Hallo Freunde von Navis, hier ist die Walli von Ulla Larmoden. Ich grüße euch von Ulla Larmoden in Köln-Holweide, Bergklapperstraße 576. Gut, wir zeigen euch heute wieder die nächste Mode, das heißt wir fangen an mit Hosen. Das sind diesmal unsere berühmten Stretzhosen, kommt einfach mal mit. So, hier haben wir schon die neue Farbe von der Magiene, das ist die Stretchhose, also das heißt es ist kein Reißverschluss da, es ist kein Knopf da, sondern ein ganz dehnbares, total bequemes Gummibündchen. Hier alles stretchig, so dass die Hose auch einen super und perfekten Sitz hat. Diese Hose ist jetzt eine 7,8 Hose, also das ist schon die neue Sommerfarbe und die neue Sommerhose. Die besteht aus Fiskose und pflegeleichte Ware, das heißt also man kann die waschen, man kann den Trockner trocknen, braucht fast gar nicht zu bügeln, also echt eine super Hose. Und diese Hosen gibt es auch in Weiß. Die Hose, die gibt es auch bis Größe 54, ist die also hier auch zu erwarten. Oder in Turquise. Die sind auch super bequem, ich trage die selber in Schwarz. Die sind echt super bequem, die sind auch Schadstoff geprüft, die Hosen und der Kostenpunkt von dieser Medienne Hose, das ist auch ein super Markenfirmer, also Medienne, wie ihr seht. Ist auch wirklich eine super Markenfirma, ja, die kommt für 39 Euro. Also die geht von Größe S bis Größe 54, eventuell 56. Dann habe ich sie, weil das auch wirklich eine Top-Hose ist, in diesem grünter Käse. Ist auch hier sehr beliebt, die Hose. Das ist so ein Mint, oder? Ja, vielmehr Mint, Entschuldigung, Mint. In hellblau, wie die Kuppel jetzt auch anhatte, zeige ich nochmal. Also die Hose, da habt ihr kein Zwicken, ihr habt kein Drücken, ihr fühlt euch rundum wohl, ihr könnt auch ein bisschen was mehr essen. Das heißt, die geht dann, wie ihr auch schon mal seht, die geht dann richtig schön voll mit. Also man hat nicht dieses unbequeme Gefühl, wenn man ein Lokal essen geht, man isst ein bisschen mehr. Und dann manchmal hat man so, boah, diesen Magendrücken und das, das gibt es bei dieser Hose nicht. Ne, und die fallen gut aus. Und die fallen gut aus, die ist auch sehr bequem. Ja, jetzt habe ich hier auch zum Beispiel eine 42, 44er, in diesen Jeans blau. Also bitte, das sind super Hose. Wir zeigen dir auch gleich bei der Puppe, wie sie auch von hinten sitzt. Dann habe ich die vorerst mal auch in beige. Ist die auch da, diese Hosen, die machen sich auch sehr gut bei langen Tuniken, sowie auch auf Long Shirt. Also das ist so ein bisschen, äh, diese Länge sehr ganz, kann man sagen. Also für 9, 30 Euro habt ihr eine Top-Hose. Also ich arbeite mit den Herstellern schon seit 14 Jahren zusammen. Seit 14 Jahren besitze ich die Hose. Und die gibt es in weit über 20 Farben. Kann man die auch nachbestellen. Also das heißt, äh, heute bestellen, morgen ist die Hose schon da. Die Lieferung geht unheimlich schnell bei den Hosen. Und dann, da habe ich sie nochmal in blau. Das ist ein ganz tiefes marine Blau. Und ich habe sie auch nochmal in schwarz. Also wie gesagt, die Hosen, die gibt es auch in Maschinefarben. Die gibt es noch in gelb, in rot, in rosa, in XY Farben. Ähm, nur ich kann die leider, habe die jetzt hier nicht alle. Also ich habe jetzt im Moment die meistverkauften Farben. Aber wenn ihr Wunschfarben habt, da ist alles gar kein Problem. Die kann man ohne weiteres von heute auf den Augen nachsicht nehmen. Also wie ihr seht, die Hose hat einen super Sitz. Man hat auch keinen Hohlrücken drinne. Ne, weil die sich so wunderschön andehnt. Also manche Frauen, die haben ja da Probleme, dass sie dann hinten da diese Delle haben. Und das hat man bei dieser Hose nicht. Also die macht auch einen ganz süßen Po. Und wie gesagt, das ist eine 7,8 Länge. Der Vorteil bei dieser Hose ist auch, die könnt ihr auch mal umschlagen zur Capri-Hose. Also das hält auch. Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, dann habt ihr eine, zwei in einem. Ja, die hat aber noch einen anderen Vorteil. Wann dieser Hose ist genug Stoff drin. Das heißt, solltet ihr euch was zu kurz... Ja, hast du Gericht. Genau, solltet ihr euch was zu kurz sein, dann könnt ihr die Hose so ein Stück verlängern. Das ist mit einer der seltensten Fabrikanten, die das noch machen. Meistens haben sie nur einen Zentimeter oder anderthalb Zentimeter. Und dann ist das okay. Aber diese Hose ist wirklich ziemlich zu verlängern. Das heißt, wenn ich jetzt diese Hose verlängern möchte, ich tue das Stück noch dran, dann habe ich sozusagen... Also man sieht das hier an dem Bein besser. Dann habe ich eine richtige lange Hose. Also die ist wirklich eine Top-Hose. Ich kann die mal bestens empfehlen. Also mit der arbeite ich schon seit 14 Jahren. Und die Hose bleibt immer zeitlos. Sie bleibt immer modern. Weil passt alles auf kleine Sachen, kurze Sachen. Und dann geht das mit dem Top aus. Noch Farbmuster von der Hose? Ja, die habe ich auch extra für euch rausgeholt. Also die, wie ihr seht, dann geht ihr noch mal ab. Ja, wohin jetzt? Ja, also in pink kann man die bekommen. Ja. Drau haben wir ja. Das war ja dieses hellblau. Dann gibt es hier noch im Royal-Blau. Könnt ihr die haben. Das ist ja das Sheens-Blau. Ich lege das jetzt einfach mal so. Das ist das Beige. Dann gibt es diesen Turb-Ton. Könnt ihr die haben. Ja, siehst du? Ja, klar, klar. In dem Braun. Antrazett. Wow. Marine-Blau. Schwarz. In einem Rot. Das ist auch ein sehr schönes Rot. Die gibt es einmal in hellroten, einmal in dunkelrot. Mhm. Rosenholz. Also wie ihr seht, die haben schon XY Farben. Da geht es auch hier noch weiter. Dann diesen Mint-Ton. Weiß. Weiß. Das hatten wir ja gerade. Mhm. Dann diesen Lachs. Grün. Ja, das ist das dunkle Mint, das ist nicht grün. Rosa. Also wie ihr seht, die Hosen gibt es in so vielen Farben. Gelb. Gelb. Ja. Türkis. Guck mal. Ja. Guck mal. Vielleicht ist es jetzt zu nah. Ja. Dann gibt es auch noch mal in diesem Bleu. Mhm. Was gibt es da jetzt gemustert? Hab ich gerade gesehen. Und dann gibt es die auch noch mal in orange. Mhm. In grün. Also wie ihr sagt, die bekommt die in tausend Farben. Also in einen Farben, die es in der Modewelt gibt. So sind auch dann auch in diesem hellen Hose. Das ist so ein ganz zartes Rosa. Mhm. Ich hab da gerade Muster gesehen. Ja, die gibt es auch gemustert, die Hose. Die gibt es auch in diesem Jacquard-Muster in hell. Mhm. Aber da kann ich jetzt auch nicht versprechen, ob es die jetzt immer gibt. Weil die haben auch manchmal gibt es die nur eine gewisse Saisonweise. Und dann gibt es die man zeitlang wieder nicht. Also da müssten wir anfragen. Das ist aber auch alles kein Problem. Das kann man ohne weiteres machen. Das gibt es auch in diesem Jacquard gibt es das auch. Normalerweise auch noch in Schwarz Jacquard. Aber Schwarz Jacquard ist zum Beispiel eine Herbst-Hinterfall. Also wie ihr seht an diesem ganzen Männchen. Es gibt unheimlich viele Farben. Ja. Also mit der Hose seid ihr wirklich super bestimmt. Ja, kann ich das auch noch haben. Dann gibt es einmal diese Hose. Mhm. Mit den Knöpfchen. Ja. Die gibt es auch bis Größe X11. Also vorne Knöpfchen zum Schließen. Mhm. Taschen die an den Seiten. Das ist auch eine Baumwollmischung. Sehr angenehm. Hier hinten habt ihr auch noch Taschen. Gesäßtaschen. Die sind nun angedeutet. Mhm. Diese Hose kommt 29 Euro. Also mit 29 Euro habt ihr auch eine super sitzende Hose. Mhm. Was willst du jetzt noch trinken? Ah, da ist hier noch was. Ja, wir haben auch eine Elastan Hose. Eine Stretchhose. Die ist aber jetzt nicht von Medjain, sondern von Marc Philipp ist die. Ist auch eine gute Markenware. Mhm. Ja, die habe ich jetzt auch den Größe M und L noch. L bis XL. Diese Hose, das gibt hier vorne mit einem Reißverschlussfarb. Mhm. Und auch mit Knöpfchen. Aber hier hinten ist auch wieder so ein Gummizuck drin. Damit die auch richtig schön bequem sitzt. Ja, diese Hose ist jetzt im Angebot auch für 39 Euro. Ja. Das ist eine richtig super Hose. Dann habe ich für euch noch ein Moment. Ja. So. Eine Leggingsheuch. Auch für Marc Philipp. Also eine sehr, sehr hochwertige Qualität, diese Hose. Mhm. Das hier ist jetzt eine XL bis XXL Größe. Ja. So wie ich auch diese hier vermisse, die ich jetzt selber anhabe. Wie ihr seht. Mhm. Die wird auch am Zug versetzt. Die sieht auch stark aus. Ja, die ist auch echt toll. Die könnt ihr auch trocknen, trocknen, könnt ihr selber waschen in der Maschine. Also es bleibt alles dran. Ist optimal die Hose. Mhm. Oder auch vermisse. Ja. In der Richtung. Ja, sehe ich. Die hat sich auch sehr gut tragen. Mhm. Sehr bequeme Hose. Das sind so die sportlichen Hosen oder auch eher mit Hosen mit Hosenköpfen. Diese Leggings. Oh, das ist total ausgefallen. Für 19 Euro. Mhm. Und auch für 29. Ja, die ist cool. Die habe ich auch. Die ist auch super bequem. Die hat auch eine super Jogginghose. Die ist richtig toll. Und auch bequem. Da passt auch vieles drauf. Ja. Das stimmt. Man hat auch hier vorne Taschen. In den Seiten nochmal. Da kann man so Kleinigkeiten rein tun. Die sind für 29. Auch hier die Taschen. Kleines Täschchen. Das sind alles eine Baumwollmischung. Hier hinten nochmal Taschen. Ja. Die sind oben auch mit Gummizock. Kann man auch gut zum Sport tragen. Diese gibt es ja auch nochmal. In Schwarz. Auch für 29 Euro. Ja. Wird in die vorne gebunden. Und das sind auch alles, wie ihr seht, ganz gute Markenhose. Die ist sogar für 24,50. Sorry. Okay. 24,50. Ah, die ist wirklich super bequem. Ich trage die selber auch. Die sind wirklich ganz toll. Und ich kann die immer wieder bestens empfehlen, die Hosen. Dann haben wir auch schon die ersten kurzen Hosen. Dann haben wir auch was da. Das sind ja diese hier. Die haben Hotpans. Ja. Die sind jetzt auch da. Für 20 Euro im Angebot. Das ist so Lederimitat. Lässt sich auch sehr gut tragen. Den haben wir bei Einzig Radler. Für 9,90 Euro. Könnte auch zum Sport tragen. Die kann man auch ganz kurz geschminkt haben. Ja. Ich würde jetzt sagen, die Tosen nehmen wir jetzt erstmal durch. Kommen zweimal wieder rein welche. Jo. Dann sag ich. Haben wir. Die Jeans hatten wir ja. Dann sag ich jetzt einfach mal Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vergesst das Abonnieren nicht. Das Teilen nicht. Und das Liken nicht. Also Ciao. Und das Jahrhund. Also Georgier Das war's ja. Dann haben wir ja eine gute Bine ab Benter cariciertana gemacht. Bis zum nächsten Mal.